Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz ehrlich, iOS 16.4, das wird uns nicht in Erinnerung bleiben. Es gibt hier kein einzelnes Feature, das signifikant heraussticht. Und trotzdem, trotzdem ist es ein Release mit so einer Handvoll Funktionen, die iOS besser machen. Es sind die Sachen, die im Alltag hängen bleiben. Und ich habe sie euch heute einmal zusammengefasst.